einen schönen guten tag und willkommen zurück bei 112 operator meine damen und herren ich habe mal alle einheiten sortiert und auch beschriftet und benannt eigentlich müsste jetzt alles passen und ich habe auch noch zwei fahrzeuge gekauft oder drei ich weiß es gar nicht mehr ich habe hier ein quad gekauft weil es ich wollte ein spezialfahrzeug aber dafür hatten wir angeblich zu wenig leute deswegen ist es quad geworden und ich habe noch was hab ich denn noch gekauft ach hier noch einen rettungshubschrauber den habe ich neu gekauft und dann war es das mehr je mit nicht was wir kaufen konnten ach so ich habe noch gar nicht geschaut gibt es neue operator joja geht mal hier emma gulino bitte einstellen was sie hat ein ach so du übernimmst du für francesco chicone die weiß gar nicht das außenbezirke naja francesco können wir erstmal leider entlassen sie hat mehr ja aktion pro minute nämlich drei vier ist das maximum ne fünf ist das maximum haben wir die auch mal ersetzt ja kann die sich obwohl eigentlich hätte ich sie gern hier weil hier ist also einheitentechnisch eine katastrophe ja ich glaube ich tausche die mal durch so wer bist du ich weiß nicht wie du heißt so und hier geht der prioti hin so müsste es eigentlich passen genau sie nee nee irgendwas ist nicht richtig hier muss sie hin dann kriegt diese die beat er so jetzt stimmt ja was denn hier los schon wieder scheiß wetter regenschnee wind okay aus irgendeinem grund fahren die motorräder nicht super so e mails ach so ein sturm kommt wir waren vor einem gefährlichen wetter umsturz in den nächsten tagen bereiten sich darauf vor die fahrbedingungen werden für alle transportmittel schlecht sein motorräder fahrräder oder helikopter werden kaum nutzbar sein gut starten wir rein ich werde die leute mal ein bisschen unterstützen jetzt autounfall kann er hin kind ne wat wirklich elternteile wo okay okay unterstützung okay schicken wir ihn ihn und ihn autounfall ähm das können wir ganz entspannt mit ihm abklappern search okay geht noch sehr gut what 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 da kidnabhängig nähe illegales rennen kriegen wir auch hin so kohlenstoffmonoxid vergiftung ach herr scheiße dich wollte ich glaube ich wegschaffen da ist er da ist er ja dann muss man ganz kurz hier mal den hubschrauber ausborgen tut mir leid ladendiebstahl macht er ja natürlich kommen jetzt nur die ganzen habe ich hier nicht gerade feuerwehr hingeschaut roger roger operator going there ready for next sir we can't do it case resolved nein da stecken leute fest going back to bay standing by case resolved sir i think you should take this okay 112 what's your emergency i have her she's here uh okay where can you be any clearer under your very own house the one at one point she's in the living room what 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 sir what you're doing is a clear criminal act and killing my son wasn't your son died then didn't he you're not even aware of the deaths you're responsible for you should be ashamed i am i'm ashamed i just i want you to know what it's like what do you want me to do quit your job take responsibility i'm not doing that my job is important i still can help a lot of people oh shit you can't even protect your own family what do you want me to do what do you want me to do she's not guilty of anything listen if you need to punish someone punish me i knew you were a good man please let me send someone to help you okay no 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 i don't want it i got caught up in something i don't i can't do it i will help you i'll send an ambulance to pick you up okay oh shit what wer ist denn hier tot so so da 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 steckt fest ich habe es noch gehört im nebensatz ja ihr müsst den ausbezogen zurechtkommen alter 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 hört doch mal bitte auf macht mich doch nicht schwach sind hier unten los wo sind meine wachschwächer feuer am bahnlager man es ist doch überhaupt kein schlechtes wetter wieso bleibt er denn alle hängen wo ist das schlimm gerade ist denn hier hinten irgendwie los so das haben wir was hier los ist am tag ist unfassbar es ist einfach nur unfassbar bandenkrieg holen schilder ist der sek da hin so bla 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 wieso fahren denn da jetzt zwei hin habe ich mich verklickt so dann räumen wir hier hinten noch mal ein bisschen auf was ist hier los man weiß es nicht du kannst mal entspannt da hin fahren du fährst mal hier hin du fährst da hin was hier? Bussanfall okay haben wir erstmal hier außen alles gelöst so kohlenstoffmonoxid vergiftung ach hier mal noch was gebäudebrannt scharfen gegenstand da hinten brauchen wir uns auch noch eine rettungswahl hinschicken so was hier los fußgänger vom auto erfasst suche nach vermisstem kind okay das macht er gerade das schon mal schön so die haben wir alle der rutschschrauber macht mal hier einen bisschen du bist auch fertig du bist ja schon auf dem weg der hubschrauber hier uns auf jeden fall wieder zurück man weil die hier auch schon wieder feststecken was hier los baum auf ein auto ok so ihr seid unterwegs wird auch irgendwas offen wo sind shots feiert ok das geht klar das geht klar da hinten haben wir alles dadurch da sind wir durch oh gott alter schwede 86 prozent nur alter schwede war das ein grauenvoller tag internationales betreffnis morgen ich erinnere sie noch einmal dass in den folgenden tagen der letzte einsatz war echt hart guten morgen während der letzten schieß unglaubliches passiert wer hätte gedacht dass jemand der täglich menschenleben rettet die nerven verlieren würde gut dass er sich am ende wieder gefangen hat das haben wir hauptsächlich dir zu verdanken ich möchte zum positiven ausgang dieser außergewöhnlichen situation gratulieren allerdings will ich nicht ausmalen mir nicht ausmalen was du und deine familie jetzt durchmachen wir stehen hinter euch falls du etwas brauchst lass es mich wissen fortdauernde schwere witterungsbedingungen noch einmal noch einen tag andauern minus 16 fucking grad alter schwede war das eine grauenvolle schicht manchmal passiert einfach zu viele sachen gleichzeitig so zack 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 den haben wir da oben dann haben wir noch diese beiden wo 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 da hinten und ich sehe es nicht da oben in terschein deep und ihn okay sind alle schon verteilt sehr gut so das ist eine sache für mich oh kampf zwischen straßengangs da wissen wir ja wen wir hinschicken und ich sehe es nicht ich sehe es nicht ja ja medic ist ja on the way gefangen am fahrstuhl machen wir mal mit ihm falsch parken boah das wird noch angezeigt hier hier muss man unterstützen gewusstlose person irgendwo wird was gesucht da hinten dann macht man ein schrauberchen was denn hier irgendwie los nein mann wer wer steckt hier fest so erstmal gibt es hier hinten feueralarm dann hiermit noch irgendwas mit der pistole jetzt sehe ich aber gar nicht ja natürlich natürlich verstecktes drogenbarons natürlich da war ich mir ganz okay die werden sterben tut mir echt leid das voraussehen zu müssen diese weiten diese leute werden sterben sorry du fährst da nicht hin ein reines selbstmordkommando so was da hinten vergrabene einheit alter du kannst dich doch selber freigraben oder nicht so haben wir haben wir haben wir was bist du betrunken betrunkener am pappen betrunkener am pappen das ist wirklich unfassbar wie viele missionen hier sind oh Gott sag mal was ist hier irgendwie los wir haben das objekte Sir there was a huge accident where is it exactly on the minor street ok what vehicles took part in the accident only the bus is damaged the driver lost control over the vehicle how many injured are they at least 10 people injured oh du scheiße is there anything else i should know people are trapped in the vehicle alright i'll take over from here yes sir going there ok super ganz klasse going there reporting case resolved 10 4 oh ma zeitlang keine einsätze we are done here we are done here ready for action reporting operator can I be kidding operator ready for next case on my way standing by roger have I not sent you here ready for action I am pretty sure I am pretty sure that I was sent you there I am pretty sure I am pretty sure running on my way reporting on my way reporting waiting for the order going to the incident what are we doing here here there is no storm in the you can go back again you can go back again and here we have another loud party crazy driver waiting orders waiting for the order ready for action walt in the family we have to support here from the auto trying to fight another I owe you two things were in the bed where was this its ню what do to do broke Es I am a den untergefallene eis also bis jetzt läuft ich noch ganz gut so autodiebstahl so weiter kommen alle das passt haben wir hier noch zurückgelassen es ist einfach unfassbar einfach nur wirklich unfassbar was hier los ist drogenschmuggel sehr gut der pferd da ist ja noch ein fall illegale illegales rennen zum glück fliegen die dinger noch muss man der hund eingreifen bestechungsversuch haben sie doch irgendwo ohne hubschrauber unsicher wo du hin fährst okay haben wir geschafft soo wir fahren auch weg wieso ist denn alles hier unten das ist ja wahnsinn wir haben es aber gleich geschafft diesen wunderschönen ja ich muss auf jeden fall noch alles abtransportieren hier ist noch ein körperlicher angriff sind wir jetzt endlich durch ja ok jetzt heißt es dann nur noch in anführungsstrichen abarbeiten ok jetzt mal so langsam abarbeiten also ich weiß nicht warum da gerade sieben einheiten hinterherfahren so wir müssen leute abholen dann kann aber doch der so da musst du noch abgeholt werden da wird noch abgeholt haben wir auch ich glaube wir sind durch oder ja 98,41 prozent alter ach sehr schön was haben wir denn nicht geschafft aber messerstechereien feueralarm taschendiebstahl haben wir nicht na gut aber drei einsätze super ich hab keine ahnung ist jemand angeschossen worden ne ne auch das nicht sehr schön vermeidbare todesopfer eins ok 90 leute in knast gebracht alter schwede spitalisiert 36 geheilt geholfen ruf 303 sehr sehr gute schicht meine damen und herren so beenden wir das ganze und starten morgen in die nächste schicht ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wir können mal ganz kurz gucken wie viele schichten überhaupt noch übrig sind noch drei ok vielleicht machen wir morgen eine längere folge beförderung von antonio dass antonio befördert wurde wer ist denn antonio wer ist denn antonio oh kiek mal hier neuer dispatcher ähm what wer ist denn antonio hallo ans team ich möchte sie offiziell davon erkennen dass antonio befördert wurde gute arbeit weiter so aha wer ist denn antonio sind wir antonio ich weiß nicht wer wir sind so ne persönlichkeitsschaffenskrise ja na gut egal ähm dann bis morgen wie sagt eventuell mach ich dann ne längere folge morgen und werde wahrscheinlich die kampagne durchspielen denn wir waren jetzt sowieso schon bei 88% vor dieser aufnahme also vor zwei schichten quasi ähm das heißt wir müssen jetzt eigentlich schon bei ja so anfang 90% sein viel ist nicht mehr meine lieben bis morgen tschüss tschau auf wiedersehen mich 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 nicht mehr mich mich ein